Willkommen zu dieser Folge! Verstecken! Heute in der Musik! Hallo! Ihr habt jetzt so eine Minute Zeit in den Einstellungen. Wie soll gescampt werden hier? Oh Gott. Die Einstellungen sind von meinem Verstecken. Aber warum hast du nicht hochgesetzt? Ist doch okay! Wo werdet ihr gescampt? Ihr habt immer eine Minute Zeit. Ja, aber jetzt müssen wir ja noch andere machen, dass man losläuft. Ja, das ist ja echt grausam. Mein Gott, ihr hattet nur eine Minute 30. Das ist schon schlimm, ey. Was ist das denn? Wie dumm, dass ich euch immer auf die Brust springen kann. Wie komme ich denn ins Haus rein? Ich kann nicht im Haus rein. Aber das ist gar nicht mal so viel Zeit. Ist auch egal. Ja, nächstes Mal müssen wir hochstellen, bitte. Hat jemand Jay schon gefunden? Nö. Mist. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Einsatz in den 10 Sekunden. Ich hab ne Exit-Strategie, Freunde. Piep, piep, piep! Ich hab euch lieb! Ich komme! Fünf! Fünf! Ach, scheiße. Ich werd nie gefunden. Okay, ich lauf jetzt los. Ihr müsst mir nur noch mal erzählen, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht gucken. Äh, nee, du kannst auch die Sichten ändern. Und aus der Sicht von den anderen. Mit Kuh und E kannst du rumsehen. Alter, Bram, okay. Ja, Bram ist... Wo zur Hölle bin ich hier? Oh! Bram ist... Oh, Bram, du guckst doch ein bisschen raus. Ja, so besser? Ja, so besser. Du kannst ja bei mir sehen. Oh, ihr Profis. Ach so. Ihr seid mir viel zu krasse Profis. Oh, deine Exit-Strategie ist ja insane. Da muss ich auch nochmal wechseln. Entweder da oder da. Ja. Da wird's schwieriger. Ja, aber trotzdem. Wir haben die Map geändert. Wieso regnet das eigentlich hier die ganze Zeit? Ah. Kommt das her? Hörst du das, wenn ich mich umgucke? Hörst du das, wenn ich mich umgucke? Ja, das hört man. Ja, ja. Alles, wenn du dich bewegst. Jede Bewegung hört man. Das ist auch das, was Fisch kommt. Weißt du, bin ich ja immer hier unterwegs. Wenn du ihn genau anguckst, dann sieht er so ein rotes Lämpchen an deinem Eulchen. Hat den schon jemand gesehen oder gehört? Ja. Hat der ihn gesehen oder gehört? Der ist im ersten Obergeschoss auf jeden Fall. Okay. Hab ich das schon mal gehört? Okay. Einer penikt schon? Bin ich hier richtig? Ja, da ist nichts drin. Nein! Mann! Oh, Lena, musst du suchen? Lena, musst du suchen? Lena, musst du suchen? Was war im ersten Obergeschoss? Lena, du hättest aber nicht peniken dürfen. Ja, aber der hat mich da safe gesehen. Der hat überall runter geguckt. Ich hab dich nicht gesehen. Wenn du davon ausgehst, der hat mich safe gesehen oder ich meistens nicht gesehen. Ist richtig. Hast du das Real-Life-Verstecken mal letztes Mal gesehen? Bei diesem Camp? Och. Oh, das war lustig. Oh, das war so lustig. Das war so wild, ey. Der steht genau neben ihm. Oh, das war so lustig. Aber hier ist ja auch keiner. Da steht er nicht drauf. Ich hab den Spiel wieder geballert. Ja. Auf wen hat er geschossen? Weiß ich nicht. Achso, ich kann nicht ja zugucken nicht, Juli. Pass auf. Okay, der kann nicht. Der auch nicht. Was soll man mal sehen? Jetzt soll man auf Sachen schießen, ne? Ja, der hört sich auch ein bisschen an, als ob das so ein Decoy wäre einfach nur. Ja, imaginäre Sachen auf die der ballert. Ich weiß, ob ihr irgendwo hinter seid, ihr Schweine. Ne, das ist richtig. Das ist richtig. Eigentlich noch bis 15 hast du Zeit, ne? Ich hab nicht ne Zeit gestellt. Ich schau mir kurz vor an. Das achte ich da nicht. Da hat die Eier hoch einfach gestellt. Ich bin ein bisschen nach 15. Das war ein bisschen filigraner, wäre das aber schon gegangen, wenn man mal ehrlich ist. Also, Bram hat mich gesehen, deswegen halte ich mich jetzt hier ein bisschen blöderweise auf. Ich dachte, der wäre dann hier irgendwo. Ach, was soll ich sagen? Das, was du angeblich gesagt hast, aber nicht gesagt hast. Ja. Oh. Oh, können wir markieren? Stimmt, mit X kannst du Leute markieren, ne? Mit Y. Mit Y. Das weiß der dann aber. Mit Y kannst du einfach so markieren. Mit Y kannst du einfach so einen Punkt setzen. Ja. Und mit X kannst du den scannen. Das kriegt der aber mit. Das heißt, der weiß, dass du ihn dann siehst. Ja. Aber wir machen mit der Regel immer erst ein bisschen später. Echt? Warte mal, ist doch grad noch einer verschwunden, oder? Oh, ist das gruselig. Oh, stimmt. Wer fehlt denn? Schon ein bisschen unheimlich, ne? Also Lena? Nee. Nur Lena. Nur Lena. Seid ihr Ficker. Ich hab den auch noch nicht gehört. Weißt du, wie viele Etagen das Ding hat, Jay? Drei, oder? Ja. Also Keller. Erdgeschoss. Kappe. Das nehme ich. Christian hat durch Fischi Slants Jay geschickt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab Fischi verraten. Wow. Ziemlich volle Pulle. Das ist ja asozial. Jetzt wo du dich aber auch direkt umdrehst und dem dann direkt ins Gesicht schießt. Aber der hat Fischi sich auch nicht bewegt, weißt du? Ey, der dachte halt nicht, der vielleicht. Der dachte, er hört mich dann. Das tue ich auch. Ja. Aber der hatte ich gesehen. Das ist viel schlimmer. Ja, dann. Dann, äh. Aber der heißt zumindest, der war unten. Oh. So. So, Chris. Fäng er weg. Ach, du bist das selber. Tschüss. What the fuck? Jetzt aber schnell, Christian. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich war über dich. Scheiße. Ich dachte, du wärst dir in dem Beet gewesen. Ich hab's nicht gesehen. Ich wollte runter oder hoch. Das war meine Exitstrategie. Scheiße. Ah, das schaffen wir. Wie kann man so hoch springen? Wenn du nach oben guckst. Wenn du nach oben guckst. Das hab ich auch spick gelernt. Okay. Oh, come on. Da, wo der Fadenkotten ist, da springst du hin. Oh. Man merkt immer so, weißt du so. Erzähl doch mal einen Schwenk aus deinem Leben. Nee, 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 nee. Man merkt immer, wenn Leute anfangen zu stills werden. Ja. Dann ist irgendwas bei denen los, glaub ich. Dann ist was bei denen los, oder? Dann ist da irgendwie Halligalli grad bei dir. Dann ist da Halligalli. Franzi, hörst du damit jetzt noch ein guter Moment, einfach mal ein Geschwenk zu erzählen. Ach Gott. Ja, ich erzähl mal. Erzähl mal. Ja, also ich hab, äh, gestern hab ich mir einen Schnitzel bestellt. Geil, was war eins? Ein Schnitzel mit Pfifferlingen. Das war lecker? Das war richtig geil. Wo seid ihr denn? Richtig geilen Sargensauce. Ja, das war leckerer als die Schnitzel, die ich das letzte Mal in Berlin gegessen hab. Das ist auch nicht schwer, dass das leckerer ist. Die waren leider nicht so sahnig. Boah, waren die Scheiße. Die waren richtig schlecht. Boah, waren die Kacke, Alter. Hatte ihn noch jemand gesehen? Ja, ich hatte den noch mal markiert, als er grad die Treppe nach oben gelaufen ist. Achter, die Markierung ist... Okay. Aber dann seh ich ihn halt nicht mehr. Er sieht ihn nicht. Also, Jay, ich bin nicht im Keller. Ich bin nicht im Keller. Wie viel Zeit hast du nicht im Keller? Äh, acht Minuten, glaub ich. Ich bin nicht im Keller. Ja. Ja, okay, das ist eine Person von dreien. Ich bin auch nicht im Keller. Okay, das sind zwei Personen von dreien. Das geb ich dir. Wann sie sagt's noch nicht, ist okay. Ich hab... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin hier durch. Was? Oh Gott, sie sagt sogar direkt in die Etage sie ist. Ich bin in ein Erdgeschoss. Oh ja, bin ich draußen. Hä? Komm ich dir wieder rein? Das ist ein Eingang. Oh mein Gott. Das hat sich vor Schreck selbst verletzt. Also, Jay, ich kann dir sagen... Ich sag dir, wo ich bin, weil du warst schon mal da, wo ich war. Hm, ich bin noch da, wo ich bin. Was? Okay. Er ist im EG. Franzi. Der ist wieder an der Wendeltreppe an dem Beet. Hm. Oh, scheiße. Oh, hat er mich noch gesehen? Hat er mich noch gesehen, der Lumpe? Oh, das war krass. Oh, das war krass. Da sind noch zwei. Da hab ich nicht gesehen. Oh. Scheiße. So, Franzi. Jetzt ist unser Spotter weg. Franzi ist weg. Ja, der Spotter ist weg. Ja, es tut mir leid. Schade. Harry Spotter. Harry Spotter. Boah, das ist eine geile Serie ist das, oder? Harry Spotter? Ja, kennst du das nicht, wenn die mit AI, die ganzen Charaktere aus Harry Potter so richtige Bodybuilder sind? Ah, lol. Doch. Das kenn ich auf Instagram immer. Ja, das hat mega geil. So diese AI generiert. Harry, heute wieder eine halbe Tonne gehoben? Ah, hey, gut, Alter. Ich kann's überhaupt nicht. Das kenn ich gar nicht. Also, ich hör den Joni auch ehrlich gesagt nicht. Was? Ach, jetzt geh ich schon wieder in den Keller. Joni, mach mal Pi. In den Keller bin ich nicht. Kannst du einmal kurz schießen? Hallo. Ja, hab ich gehört. Ich weiß. War nicht zu weit. Ich nicht. War nicht zu nah dran. Boah, die Spiegelung in dem Dings da. Oh, glaub ich hier wieder im Kreis? Ja, natürlich, Alter. Mein Gott. Ob du damit was sehen kannst? Warte mal, sind das Einschusslöcher? What the fuck? Ah, die sind nicht von Jay. Die sind, glaub ich, schon da. Oder von Jay. Nee, das glaub ich nicht. Nee, glaub ich auch nicht, wenn ich echt bin. Warum hätte der da so random rumballert? Ja, genau. Einfach da in alle Wände rein. Ist das RTX eigentlich? Äh. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß nicht. Mich würd halt voll interessieren, ob die Spiegelung echt ist. Ja, das mein ich ja. Ihr müsstest mich da nicht sehen können. Nee, noch nicht. Nee, du bist ja drüber. Aber das ist doch nicht echt, oder? Aber das Fenster, guck doch mal, da ist doch verbarrikadiert. Ja, lol, stimmt. Lol. Das ist ja voll. Ohhhh. Das ist ja voll. Wie schlecht ist das? Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Richtig bad. Das ist ne Vergangenheitsspiegelung. Das ist ne Zukunftsspiegelung. Ja, genau. Wenn er nicht vorbeikadiert ist. Wenn er nicht vorbeikadiert ist. Ich hab gar keinen Plan, wo ihr seid. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Okay, Franzi ist unten. Ich bin im IG. Kann ich sein. Alter. Na klar. Müsstest du mich doch gerade... Also ich war da jetzt in jedem Raum, Franzi. Ich hab dich auch gesehen, ja. Jetzt, wo ich das gesehen habe, kann ich das nicht mehr nicht sehen. Das ist voll schrecklich. Ja, ist furchtbar. Okay, wo bist du? Das ist nur ein Bild. Fenstergate. Oh mein Gott. Fenstergate, richtig? Das ist wirklich einfach das Fenstergate. Fenstergate 2024. Da war es so schrecklich daran. War da kurz geschlossen? Da trümmerst du irgendwas. Da ziehst du wieder. Ja, ne? Siehst du mich? Du mich siehst. Also ich hör dich auf jeden Fall schießen. Vielleicht seh ich dich auch, vielleicht nicht. Aha. Hast dich hier bei Fischi versteckt. Wo war denn Fischi nochmal? Ich weiß nicht, in welchem Raum der war. Ich wollt mich gut verstecken. Oh, hey, 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 hey. Warum denn jetzt so? Oh, 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 oh. Du weißt doch gar nicht, wo ich war. Ja, schade. Ja, schade. Was zum Kotzen. Okay. Wie krass. Boah, Christian, bewegt dich nochmal einen Millimeter nach hinten. Du meinst den Reinkratz oder was? Ja, du hast gerade einfach, genau da ist die Kante, da du den Raum wechselst. Was? Ach so. Oh, jetzt höre ich Jay laufen. Ja. Oh, oh. Da, glaube ich. Da. Oh, oh. Oh, oh. Lauf. Ich hab Probleme. Ja, genau. Ja, genau. Fand aber ein Stück nach hinten, ja. Fand aber ein Stück nach hinten. Franzi. Ja. Jetzt gewinnt Franzi mit so einem, mit so einem schludrigen Versteckung. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dass du gewinnen kannst oder verlieren kannst. Nur Lena oder ich können noch gewinnen. Ja. Ja, wir rennen gleich her für alle zu Lena, damit Jay nicht gewinnt. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Wie viel Zeit hast du noch? Äh. Knapp drei Minuten, vier Minuten. Vier Minuten, vier. Okay. Ich bleib einfach hier. Ich seh mich gar nicht im Spiegel, ich bin Vampir. Ja. Guck mal auch den, guck dir den Spiegel an und guck dir das Fenster an. Merkst den Unterschied Jay? Whiteboard. Unter mir ist kein Fenster. Okay, an einer Stelle gibt es einen Spiegel und wenn er dann... Spider-Man? Wie gehst du da hoch? Ist ein Whiteboard. Ich kann ja vor der Rände hochlaufen. Lol. Bist du Spider-Man, sagt sie. Oh ey Franzi, pass auf, guck mal hoch ein Stück. Ja? Ne, nicht so viel. Ja. Noch einen ganz kleinen Millimeter? Ja. Und eine andere hoch. Ja, genau da. Meinst du, du könntest da auf so ein bewegendes Teil hin? Wie denn? Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Also es wäre schon cool. Ein bisschen Kirmes so, aber... Ich möchte gerne gewinnen. Ich habe noch nie Rainbow Six Seeds gewonnen. Guck mal, aber auch bei dir Franzi. Guck mal langsam hoch. Erstmal einen 90 Grad. Guck mal ein kleines Stückchen nach links. Rund. Da hin? Ja. Oh oh. Tja. Aber sie hätte doch das Geschoss... Kann ich sagen, wie ich höre? Sie hätte doch das Geschoss sogar... Achso. Ja. Das Erdgeschoss hat sie ja schon gesagt. Ich bin also... Hey, ich bin ja auch die ganze Zeit... Ich such mir den Arsch ab. Ja. Ich bin aber auch die beste Six Siege Versteckspielerin einfach. Was soll ich sagen? Ich nicht. Doch, doch. Die anderen hier mit ihren... Weißt du, gehen so in so Pflanzen rein und denken, sie sind voll boss. Ja, aber wir müssen... Du musst doch mal ein bisschen cocky sein. Hör doch mal auf zu schießen, Jay. Sei doch mal freundlich. Du musst doch mal ein bisschen cocky sein. Ich bin freundlich, wenn du mir sagst, wo du bist. Im Erdgeschoss. Hör doch mal auf. Das kitzelt aber auch ein bisschen, ne? Ist das alles dumm. Frag mich, wie häufig ich dich schon gesehen habe. Boah. Ist das alles so schmerzhaft. Alter. Allein seitdem ich Franzi zugucke schon oft. Ja. Kann nicht wahr sein. Du bist ein paar Mal durchs Bild gelaufen. Hast du mal kurz... Ja, aber ein paar Mal durchs Bild gelaufen heißt nicht, ich hab dich angeguckt. Achso. Ja, das weiß ich nicht genau. Das stimmt. Das stimmt. Also ich hab dich wahrscheinlich öfter gesehen als du mich. Ja, dann wärst du auch wahrscheinlich nicht mehr hier in der Drohne am Start. Klar. Diese Logik macht mich fertig. Schau mich an. Dann schau mich ganz fest an. Das Versteck ist auch nicht so gut. Das ist richtig. Das ist ein Müllversteck. Das ist ein Müllversteck. Das kann nicht so... Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht insane gut ist. Weil ich auch keine Zeit hatte. Dann bin ich irgendwo eingefallen. Das ist wirklich auch insane lame einfach nur. Das ist einfach das beste Versteck von allen. Das ist halt wirklich so. Das glücklichste Versteck von allen vielleicht. Ja. Timingmäßig. Ja. So, jetzt geht das jetzt. Kann nicht wahr sein. Naja. Naja. Weißt du, machst du einmal was Gutes. Guck doch mal wo du sitzt. Ja. Und? Bin ich schon tot? Und ich hab's ja Glück. Kannst du funktionieren. Da lag aber nicht an deinem Umfang. Wo sitzt die Frau? Okay. Ich sitz in so'n... Ich sag's nicht. Also wichtig ist, hier wird sich auch nicht bewegt oder so. Weißt du? Hier ist einfach... Aber auch nicht so irgendwie sneaky um ne Ecke rum oder so. Einfach straight hier bin ich. Ich hab auch meine Hände grad nicht an der Maus. Wo sind die denn? Was? Ja, das wüsstest du wohl gerne. In der Pizza. In der Pizza. Aber gerade hört man dich auch nicht. Was? Achso, mein's Jay. Warte. Also ich hör gerade auch keine Schritte von Jay oder so ne? Echt? Oh. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich wollt mal gucken was passiert wenn ich... Ach da bist du... Einfach mal durch den Raubenspringen richtig kommen. Kann nicht wahr sein, dass ich sie trotzdem nicht seh. Also du bist doch nicht zu sehen und nichts zu... Aber du hast keine Exit-Strategie ne? Das ist ja so ein Spruch. Einfach laufen. Wie was? Oh. Nee, nix so. Nee. Echt? Das glaub ich nicht. Aber ich glaube nicht. Glaube nicht. Ohhhh. Boah, das war eine Sekunde oder so oder? Echt? Nee, ich hab noch... 10 Sekunden. Achso. Das ist ja richtig viel. Das ist ja ein Easy-Snack. Alter. Boah ey. Dann warst du die ganze Zeit unten drinnen in dem Loch? In dem Loch warst du die ganze Zeit. In dem Loch? Ja. 15 Minuten ne? Abel. Junge, Junge, Junge. Ja erstmal bitte. Jetzt wird's neu gestartet und so. Ja, ich starte das Spiel neu. Guckst du dir jetzt die wunderschöne Wand an. Wo gibt man denn am besten hin? Wunderschöne Wassermelonen. Ich guck mir jetzt erstmal an, wo Lena ist. Aber schon ein bisschen Bock, Lena zu verarschen. Ja, ich auch. Ist irgendeiner, wo die ist? Nee, ich guck, ich such die gerade. Lena sag mal, wo du bist. Nein. Oh nein. Komm schon. Nein. Komm schon. Gib dir Druck. Nö. Ruck zuck. Ich such sie. Okay, ich hab das über versteckt. Aber kannst du gefunden werden? Das wäre natürlich wichtig. Äh, ich denk nicht. Oh, das weiß ich nicht. Ja, also. Toll, ich bin draußen, Lena. Komm mir nicht hin. Schade. Also du kommst da hin. Na toll, steht sie hier genau. Oh, Fischi hat sie gefunden. Aha. Da haben sie. Ja, aber... Noch zehn Sekunden. Ja toll, ich komm hier nicht hier rechts, weil ich irgendwo hin, Mann. Acht, sieben, sieben, sieben... Es dauert viel zu wenig. Viel zu kurz hier. Es dauert viel zu wenig. Zwei. Eins. Null. Dreimal ist gestellend. Ja. Jetzt Andrei. Attacke. Ja. Mhm. Na, wie geht das? So, hier wohne ich jetzt. Oh, scheiße, doch nicht. Gerade, Bram. Ich hab's irgendwie gehört. Das war, Lena. Lena war unten, wa? Scheiße. Hier ist im Keller, vielleicht. Oh, oh. Ich treff mich! Ich hab kein Aim! Oh nein. Ist das okay? Und... Das kann nicht move, das ist nicht so schlimm. Ich bin einfach versteckt. Ach, treff wirklich nicht. Das ist ein Witz, oder? Oh nein, 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 nein. Schau! Das kann nicht wahr sein. Warum bin ich so schlimm? Ich wollte nicht mal spielen! Ich hab einfach nur mich da oben am Schrank platziert und sie hat mich direkt gesehen. Wo ist sie denn gerade? Immer auf unten? Ja, die war im Keller. Achso, Bram, jetzt weiß ich, worauf du es warst. Ja, ich muss mal ganz kurz hier. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, langsam. Ah, jetzt hoppen. Du hättest mehr nach oben gucken müssen. Schade. Ja. 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 Mehr nach oben. Oh, wo ist das? Oh. Aber hier hoch? Hat er gemerkt. Und? Wenn du das schaffst, ne? Oh, das geht. Das geht nicht. Das geht nicht. Safe, oder? Doch mit Timing? Auf den Dingern bleibst du nicht hängen. Ah, okay. Die sind, glaube ich, nicht animiert. Ich glaube, du könntest aber da entwisten, könntest du, glaube ich. Ja, das geht. Aber du kannst nicht auf die Rotorien. So, Lena, wo bist du denn gerade? Mach mal was zu essen. Ich hab Hunger. Ist das in der Küche? Wo geht's? Wo gehts? Wo geht's denn hier in die Küche? Hm. Stimm im Erdgeschoss. Die wird ja nicht im Keller sein. Oder wer hat seine Küche im Keller? Gar keinen Plan. Pass auf. Ach, nehm. Hallo? Darf ich die jetzt eigentlich bei euch? Ich kann euch verraten, oder? Klar. Cool. Das ist im Keller. Nix passiert, nix passiert, nix passiert. Hä? Warst du hier? Ah, da. Lol, da ist Franzi raus. Aber warum hat auch so ein bisschen... Ja, ich bin vielleicht kurz einen Ticken daneben, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ist machbar. Irgendwo hier. Oh, lol. Arthur, hast du die Schritte gehört? Nee. Okay. Nein, scheiße, ich bin voll reingesprungen. Ich musste weg, weil sie die ganze Zeit nach oben geguckt hat. Die hat mich selbst gesehen. Ich habe mich nicht gesehen, tatsächlich. Nein, du hättest mich gesehen, wenn ich... Du wärst um die Ecke gegangen, hättest da hoch geguckt und hättest mich dann gesehen. Okay, also halten wir mal fest. Nach den ersten zwei Minuten hat Lena noch zwei Läupen. What the fuck, stimmt? Also Lena guckt viel nach oben. Guck überall hin. Gutes Versteck. Lena ist so richtig Pogdologen-mäßig unterwegs. Hier wird alles genauestens untersucht. Schon eine gute Sucherin, muss man schon sagen. Ach, scheiße, ey. Das hat sie richtig gut gemacht, ey. Habe ich unendlich Schuss eigentlich? War das jetzt unten oder oben? Nee. Aber im Zweifel hast du nur eine Sekundärwaffe. Weil mein Aim ist halt, glaube ich, das größte Problem tatsächlich. Lena, sag mal ganz kurz bitte mal ein Piep. Piep. Kannst du mal schießen? Ich muss Piep sagen. Nee. Wegen Peter. Ach so. Ja, ich bin ganz gut versteckt eigentlich. Hallo. Einer? Keine Ahnung, wo sie ist gerade. Ich höre nichts, sehe nichts. Noch keine Ahnung, wo du bist. Oh. 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 Ram, Alter. Oh, oh. Oh. Ey, hier ist ein Lücke. Warte, ich bin hier gerade so unter Strom. Bzz, bzz. Wo ist sie denn jetzt? Er ist ein Troster. Was ist das? Der steht auch unter Strom. Hast du da eingebildet? Ja, man weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich auch nicht. Was steht denn bei dir über dem Radar? Nee, sowas verrate ich jetzt hier nicht. Du kannst ja nicht springen, aber du kannst dich hinlegen. Sag du doch, was bei dir steht, Bram. Da steht. Lol steht da nicht. What the fuck? Lol? Lol, what the fuck? Nee, nee. Was machst du da, Lena? Das wäre doch eine faire Sache, wenn ihr euch da austauscht. Wieso, wenn das jetzt... Okay, ja, okay. Okay, pass auf. Ich geb hier... Seht mich jemand? Also so vielleicht? Nee, ich nicht. Ich hör auch nix. What the fuck? Warum ist das hier... Läuft das? Unten? Bist du oben? Lena, bist du ja so im Keller unterwegs? Ist ja so ein Kellerkind. Bin ich nicht im Keller. Oh, Kellerkind ist eigentlich geil. Wie gibt's denn hier eigentlich? Wir sind nicht im Keller. Wir sind nicht im Keller. Was? Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss. Fick meinen Arsch! Oh Gott! Was ist das denn? Oh Gott! Oh Gott! Was war das denn, Bram, Alter? Komplett am Arten paniken, ey. Ja, denn die stand doch da gerade. Hä? Die stand doch gerade in den Rezeptionsraum. Er ist das Oma geschossen. Ich hab die nicht gesehen. Oh Gott. Oh oh. Ich hör sie. Eventuell hast du recht gehabt. Oh Gott! Was soll ich das sagen, Alter? Der hat mir auch noch voll angeguckt. Also Fischi, man hört nicht, wenn du die ganze Zeit links rechts wobbelst, ne? Ich weiß. Ich wollte es nur sagen. Du musst einfach nur ein bisschen weiterreden, damit das dann lauter ist als das im Ingame und dann kann man dich auch nicht ganz gut hören, weil das ist ja eigentlich im gleichen Kopfhörer. Mhm. Aber jetzt bewegt er sich ja nicht. Ich bin nämlich irgendwie verarscht. Oh. Ich weiß leider nicht, ich weiß leider nicht, wo du bist. Wo bist du denn? Dann kann ich dir zeigen, wo ich bin. Ich war erstes OG oben an der Wendetrippe unter der Blume, wo ich in der ersten Runde saß. Dann kann ich dir zeigen, wo ich bin. Du sitzt doch da zu Hause. Mach ich aber die ganze Zeit hierher. Mach auch die Einrichtung kaputt, Alter. Wie, das ist schlecht. Oh, da war ich letzte Runde. Genau. Ist das so schlecht? Ist das super? Ja, und jetzt? Pass auf. Nee, nee, nee. Dreh ich um. Hä? Da. Da war er. Ja, da war er. Hä? Aber da ist doch extra. Nee. Nee, da ist doch, Jay, da ist doch wie so ein, ne? Da? Nee. Ich fällig. Das ist so wie Five Nights at Freddy's zu spüren, immer in die Kameras zu gucken und plötzlich rennt da einer vorbei. Ist da drauf? Ja. Ja. Hör da was? Ich, hä? Ich bin verwirrt. Ja, mach mal bitte. Das geht, oder? Okay, so nicht. Ich reiche die 100.000 auch, wenn ich jetzt einfach als Letzter nicht gefunden werde. Du kriegst keine 100.000 Euro. Ach, Mann. Tut mir leid. Irgendwann klappt es. Du bist zu reich. Ich kann auch 100.000 Gummipunkte vernehmen. Oh, Mann. So, geht das? Bestimmt. Das wäre crazy. Was meint ihr, wie viel Kilo sind 100.000 Gummibärchen? Ähm... Ja, 1.000 Kilo. Nee, nee. Warte mal. 100.000? 1.300 Kilo. So viel? 1.337 Kilo. 785. 420. Wie schwer ist einer? Wissen wir das? Ja, warte, ich guck mal. Das interessiert mich jetzt. Warum, weiß ich nicht, aber... Es gibt auch manchmal so Fragen, die einfach wichtig sind, die man einfach wissen muss. Also eins hat zwei Gramm. Wie viel? Wie viele Kilo wollte ich da? 100.000. Ja, dann sind wir... 100.000. Das sind 200.000, da war ich am nächsten dran. Ja, Gramm. Nee, ja. Genau, achso. Ach nee, ich hab Kilo gesagt. Ja, logischerweise, das ist dann mit einer Tausenderpotenz noch. So, da will ich hin. Achso, was ist das, 20 Millionen? 200 Kilo also. Ja, dann war ich doch am nächsten dran. Mit 785. Geht das? Komm, wenn du das schaffst. Ja, dann was? Dann nix. Ja, aber wann... Warte ich, dass wir gefunden werden können? So, Lena, hast du jetzt hier mal einen gefunden oder was? Nein! Das kann man gesehen werden, glaube ich. Wo bist du denn gerade unterwegs? Also, wie viel Zeit hast du eigentlich noch? Also, das ist ne wilde Nummer. Du müsstest noch so irgendwas mit 6, 7 Minuten haben, ne? Ja, 6 Minuten, irgendwie. Hatte die eigentlich einen Ort verneint, wo ihr auf jeden Fall nicht seid? Ja, also ich bin im Keller. Ah. Ich bin nicht im Keller. Ich bin noch nicht ganz oben. Wer? Einer hat gerade mit der Lügenstimme geredet. Ich seh ne Fahne. Ich seh Lena. Oh lol. Ich scanne entdeckt. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Was für ein Fenner ihr seid. Ich hab die Hände hoch. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich hab auch keine Ahnung. Mit X oder was? Ja, X. Aber von wo? Wie? Das ist Jay, ne? Ich? Eventuell bin ich das. Ich bin verwirrt. Ja. Jetzt musst du nicht mehr gescannt haben. Ja, dem. Lol. Das war ein Fehler, Bram. Der Panic-Teil-Ein. Das war ein Fehler. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Du hättest mich aber noch gesehen, weil der Skinner-Jay. Fuckfucker. Jetzt musst du nur noch Fischi finden. Oh, oh, oh. Oh, ich hatte so Pulse. Ich bin im ersten Obergeschoss. Also ist das ein richtiger Call oder ist das ein Verwirrungs? Erstes OG. Ich lüge nie. Naja. Das ist so. Ich lüge nie. Ich darf hier doch gar nicht lügen. Wo geht's denn hier hoch? Lüge. Wie low wäre das denn, wenn ich einfach irgendwie ein anderes Stockwerk jetzt callen würde? Ja, das wäre sehr low. Das macht ja gar keinen Sinn. Das wäre schon echt low. Also hier sind Flaggen. Du hast gesagt, du siehst Flaggen. Wir haben auch schon mit Leuten Verstecken gespielt, die gesagt haben, sie sind in einem Busch und waren nicht in einem Busch. Tschüss. Was hast du denn jetzt gemacht? Wir haben was versehen. Die Panik. Oh. Oh nein. Oh. Düm, dum, 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 dum. Wo bist du? Ah! Ah! Vitsi! Das war dein Fehler. Ich glaube, Lena hat das für Schicken gewonnen. Ja, noch drei Minuten, 53. Ja, knapp gewonnen, ganz knapp. Stark, Mann. Nice. Das war stark. Vielen, vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Guckt auf jeden Fall auch bei den anderen vorbei. Alle wundervolle StreamerInnen. Und wir sehen uns bald wieder. Gratulatzen an Lena. Tschüss. Ciao, hallo.